Sie hören den aktuellen Profilleitartikel. Geschrieben und gelesen von Eva Linsinger. Kurz ist weg, regiert endlich. Unter dem Ex-Kanzler dominierte das Prinzip Daueraufregung. Das ließ die Sitten verlottern und sorgte für Polarisierung. Höchste Zeit für einen Kurswechsel. Gellende Püffe, laute Lügner-Schreie, markige Berufe. Mehrere Wutdemonstrationen gegen Lockdown, gegen Impfpflicht, gegen Korruption zogen durch das Regierungsviertel. Die Polizei musste dem frisch angelobten Kanzler Karl Nehammer und seinem Ministern einen Weg bahnen. Sonst wären sie gar nicht an ihre neuen Arbeitsplätze gekommen. Spätestens in dem Moment dämmerte wohl Nehammer und Co., weil sie als Trümmerregierung antreten. Das Vertrauen der Bevölkerung ist erschüttert. Die Zustimmung im Keller, Corona-Chaos, aufgeheizte Stimmung, Polarisierung, ständige Großdemonstrationen, aggressive Töne. Willkommen in der hysterisch-schrillen Politrealität Ende 2021. Diese instabilen, fast gefährlich rutschenden Verhältnisse gehören zum Erbe von Sebastian Kurz, zum Scherbenhaufen, den er hinterlassen hat. Mit Kurz regierte das Prinzip Daueraufregung. Üble Attacken auf die Justiz, gehässige Untergriffe gegen Kontrahenten, unverhohlene Verachtung für Opposition und Parlament, kaltschnäuzige Bubrüche, harte Sprüche, böse Intrigen und bedingungslose Verehrung, die er einforderte. Versöhnliche Worte oder verbindende Gesten waren nie Kurz Kernkompetenz. Im Gegenteil. Er teilte die Welt in simple Schwarz-Weiß-Muster ein, in ausgeprägte Freund-Feind-Schämen. Für andere Sichtweisen seien sie noch so fundiert argumentiert, blieb kein Platz, für Kritik schon gar nicht. Das verengt den Horizont und führt zur Polarisierung. Wer so auftritt, vermag Fans zu elektrisieren, aber nicht für Verlässlichkeit und geordnetes Regieren zu sorgen. Seit 2015, seit der kometenhafte Aufstieg von Kurz begann, hechelte Politösterreich im atemlosen Dauerkrisenmodus und kam aus dem Wunder nicht heraus, was alles möglich ist. 2015 Flüchtlingswelle. 2016 Einjähriger zäher Versuch, einen Bundespräsidenten zu kühren. 2017 Projekt Ballhausblatt Silberstein Neuwahl. 2018 Türkis-Blau-Rattengedichte Liederbuch Affären. 2019 Ibiza-Notregierung. 2020 Corona-Ausnahmezustand. 2021 Chats-Hausdurchsuchungen-Rücktritte. Die Aufregungsspirale drehte sich immer schneller, glühte immer überhitzter und ließ jedes Gespür für politische Normalität verloren gehen. Für taktische Winkelzüge, Schalei-Propagandaschmähes, Schamlwusen-Postenschacher und schwere Fouls fand sich im System kurz stets Energie und Zeit. Für solides Regieren selten. Wie dramatisch die Poliziten unter Kurz verlotteten, das zeigten in den Donnertagen um seinen Abgang die eindringlichen Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Staatsoberhaupt blieb lässig heiter wie immer. Hielt es aber für notwendig, der ÖVP die Leviten zu lesen und sie eindringlich daran zu erinnern, was Regieren bedeutet. Harte Arbeit. Sich an Fakten halten. Nur versprechen, was man einlösen kann. Partei und Republik nicht verwechseln. Eigentlich lauter Selbstverständlichkeiten, die aber in Vergessenheit geraten sind. Nach sechs Jahren Daueraufregung. Nach sechs Jahren Kurz-Vierlefants-Show wäre jetzt ausnahmsweise Zeit für ein seriöses Regieren. Ohne Populismus, dafür mit der Courage, dem BT-Wahl-Volk unangenehme Wahrheiten zuzumuten. Nicht ohne Grund stehen plötzlich staubtrockene, aber staatsmännische Politiker wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hoch im Kurs. Er schillert nicht, er elektrisiert nicht, aber er arbeitet konsequent und verlässlich am Corona-Krisenmanagement. Höchste Zeit, dass die ÖVP Lehren aus dem Kurztizaster zieht. Es war kein Ein-Mann-Versagen. Allzu willig und eilfertig hat der Rest der Partei weggeschaut, populistische Wätzchen toleriert und scheinbare Erfolgsmuster übernommen. Siehe die mauen Virologen-Witze von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, siehe die arrogante Häme von Ministerin Elisabeth Köstiger für den Gesundheitsminister, der strengere Corona-Regeln forderte. Wegen dieser Verhaltensmuster ist Österreich in den vierten Lockdown geschlittert. Höchste Zeit, das geballte Intrigieren sein zu lassen. Kurz ist weg. Regiert endlich. Die ersten Signale des neuen Kanzlers Karl Nehammer lassen Hoffnung auf einen Kurswechsel aufkommen. Nehammer nimmt rargewordene Wörter in den Mund. Gemeinsamkeit, Demut vor dem Amt, Stabilität. Noch dazu in versöhnlichem Tonfall, nicht in schneidig-zackigem Innenminister-Kommandoton. Hat da tatsächlich jemand eine Lektion gelernt? Gewiss, Ankündigungen sind leicht gemacht. Bekanntlich brüstete er sich auch kurz mit neuem Stil. Nehammer und sein Team müssen erst den Beweis antreten, ob sie den Signalen Taten folgen lassen. Ob sie Vertrauen in die Politik wiedergewinnen können. Durch umsichtiges Regieren, versöhnliche Töne und konsequentes Pandemie-Management. Es wäre höchste Zeit. Sonst wiederholt Österreich ewig dieselben Fehler und schlittert planlos in die fünfte Welle und den fünften Lockdown. Mehr zum Thema auf profil.at Wörter in der Zeit